Moin Leute, Willkommen zu übergenießen, wunderschön Part. Warum ist hier plötzlich auf Social Pay? Ich hab mir immer gesagt, wie sind eigentlich die Noten auf Social Pay? Weil es gibt da so Noten, ich hab ja noch nicht geguckt, wie die Noten von ein paar Leuten sind. Ich hab super silly für Leute angegeben, da kommen Silly, ich, äh, QB Army, Steve Sheep, J-News, Red Nail, Lennox, ähm, ja, ähm, es soll ein schnelles Video werden, ich werd drei Leute zur Fans runden, ich werd die Noten herausfinden, und die Statistiken, fangen wir mal mit Super silly für Leute an. Übrigens, mein, ähm, ich kann keine Reaction mehr machen. Er hat ein, äh, 4+, ähm, ich glaub, diese Note ist standard für silly, ha, 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 das war jetzt nicht witzig, ähm, Fuse for the less, 30, im letzten Monat, 276, das ist eigentlich sehr wenig, Abonnenten, 8 Abonnenten, ist auch, ich glaub, eigentlich ganz in Ordnung, okay, im Monat macht er 2 Euro, im Jahr 2021, hier ist ein Entwerten, so, sehen wir uns die Statistiken an, Abonnenten, plus 2, plus 1, minus 1, dann war das, ach, ähm, okay, oh, Momentan läuft's auch, wie's aussieht, nicht so gut mit den Aufrufen, ich seh, du musst mal Videos machen, Mensch, 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 du hast doch die Reichweite dazu, also, ich versteh nicht, aber, muss ja jeder selbst entscheiden, okay, so, dann gucken wir mal auf mich, ich schätze mal, ich hab auch ne 4 plus, weil, ja, ne 3 minus, das ist ne Standardnote für mich, kann man so sagen, äh, äh, ähm, ähm, Fuse mach ich deutlich mehr, hätt ich nicht gedacht, Abonnenten mach ich auch noch mehr, ja, das ist noch so der letzte Bruchteil von meinem Hype, der mal entstanden ist, guck, minus 60% ist gesunken, 60% ist gesunken, ähm, wie viel mach ich denn, im Monat 5 Euro, im Jahr 56 Euro, ultra, uiuiuiui, hier hab ich richtig Minus gemacht, dann auch noch Aufrufen, mhm, okay, heute hab ich, wie es aus wie, keine Abonnenten gemacht, Aufrufe 22, obwohl ich kein Video gemacht hab, das ist ganz gut, 8 Cent hab ich heute verdient, ungefähr, ja, die sind in Ordnung, ich würd sagen, das ist eigentlich ganz, in Ordnung ins, Ergebnis, sagen wir mal so, Steep, schieb, welche Not hast du, ein, eine 3, okay, Noah, Steep, schieb, schieb, Subscriber ran, da bin ich noch ein bisschen größer, Views ran, bin ich kleiner, Social Beta, weiß ich Gott nicht, okay, Abonnenten in den letzten 30 Tagen, sechs Abonnenten, das ist ja noch weniger als silly, aber, man muss auch sagen, das ist eigentlich ganz gut, so, er macht ja auch nicht aktive Videos, also, hier ist noch die Kanalzerstörung, auf jeden Fall mehr Aufrufe, sieht man hier, aber wegen seinem Hype, uiuiui, in Monat 21 Euro, ui, 255, das lag aber auch nur an diesem Video, was jetzt, was weiß ich, 5000 Aufrufe hat, und ist da auch nicht so viel, das ist dann immer so, er hat einen Tag für ein paar Euro gemacht, ja, so, in manchem Monat, aber wie es aussieht, läuft es gerade auch nicht so gut, mit den Aufrufen bei ihm, das ist so, er hat momentan den Aufruf an, Aufrufen, in Standard wie ich, also, ja, Aufrufe ist gestiegen, Subscriber nicht unbedingt, auf jeden Fall, das waren drei Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ihr noch mehr, wenn ihr noch so ein Video wollt, schreibt einfach mal in die Kommentare, ich möchte meine, Social Bait Note haben, ähm, dann schreibt einfach, ich in die Kommentare, und dann werde ich, mal gucken, was ich euch in einem Video nenne, lasst ein Like da, ihr könnt gerne abonnieren, dann tschö, tschö.